Richtig heute, 120 Kilo Sprengstoff sind verbaut worden und dann geht es gleich wirklich nur noch darum, dass er den Knopf drückt und dass alles sicher runterkommt, sich die Planungen gelohnt haben, die sorgfältig. Wir stellen Ihnen den Mann vor, der gleich um elf den Knopf drückt. Das ist Michael Schneider, der Sprengmeister, Mr. Boom. Ihr Nachbar hat der Neubau, die Drücke geht in einem leichten Bogen und die Summe dieser Aspekte macht das Ganze einzigartig. Was war das jetzt? Das ist das Signal, dass es in den nächsten zwei Minuten losgeht. Zunächst eine ganz kleine Sprengung. Das ist nicht die eigentliche Sprengung, die sorgt dafür, dass Tierarten... Insbesondere die Vogelarten, die praktisch im Bereich der Brücke sind, kurz aufliegen. ...die das jetzt auch unsere Drohnen in der Luft sind. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Bilder, die wir Ihnen schicken können aus allen Perspektiven. Der hat aber schon ordentlich Rums. 35, 36. Ich würde gleich sagen, wir lassen Sie auf dem Podi spüren. Auf 10 Sekunden. Es sollte alles planen, was ich hoffe. Drei, zwei, eins, Zündung! Wie das langsam aussah in der Slow-Mo. Was würde Sie sagen, Herr Fischer? Exakt wie gestern vorausgesagt, in der Mitte ein leichter, oben nach oben, bei den höheren Pfeilern, also wie vorausgeplant, 100%ige Sprengstab. Sie haben sich so gefaltet, Sie sollten senkrecht runter in die Pfeilbetten hinein, also aus der Distanz hervorragendes Gefühl. Sie haben im Vorfeld schon gesagt, also da hatten Sie richtig Juföl für Ihren Sprengmeister. Sie sind ganz stolz auf den, ne? Aber super stolz, sowas von stolz, weil, wie gesagt, das ist nicht alltäglich und es gehört sehr viel Erfahrung dazu, die notwendige Ruhe, auch das Ganze hier durchzustehen. Jeder stürmt auf ihn ein, möchte irgendwas von ihm und er trägt die Gesamtverantwortung. Und das ist natürlich etwas, dem man gewachsen sein muss und das bewundere ich sehr. Ich darf jetzt hier nochmal eine Viertelstunde stehen, Herr Anders quasi die letzten Tage durchgeht. Er hat schon gesagt, er kommt vielleicht gleich noch vorbei, wenn er es schafft, darauf hoffen natürlich, dass der Sprengmeister sich nur ein kleines... Wir werden jetzt erst mal aufmachen, wenn wir die Autobahn wieder freigegeben haben. Das heißt, wir werden jetzt erst mal mit der Schneider-Sprenger an sich checken, ob alles drunter gekommen ist, soweit. Dann werden wir natürlich neue Brücke überprüfen, das heißt, wir werden mit einem so einem Untersichtsgerät auf die neue Brücke gehen. Erst mal die Geschütterungsmessung kontrollieren und dann wirklich die Brücke im Detail nochmal prüfen, sodass wir circa gegen 15 Uhr, vermute ich, soweit sind, dass wir sagen, dann ist es nichts passiert und wir können die Autobahn wieder freigeben. Und dass die Brücke eben auch nichts abgekriegt hat, ist das Wichtige, das erkennen Sie aber relativ schnell, weil da alles noch so neu ist. Sie kennen ja jeden Millimeter an der neuen Brücke. Ich denke mal, wir wissen, wie wir sie gegründet haben, wie wir sie gebaut haben. Von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass da kein Schaden entstanden ist. Ich würde sagen, wir hatten hier guten Blick, wir haben auch gespürt, wir haben die Sprengung gespürt. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal, wie das oben auf der Wiese gelaufen ist, bei der ganzen Leute extra gekommen sind. Und bei Markus. Markus, hattet ihr beste Sicht? Habt ihr auch noch was gemerkt? Hat der Boden gewackelt? Vier mehr als ihr da unten. Definitiv, das gab keine richtige Druckwelle. Ja, und jetzt ist er weg. Ein bisschen Staub, aber der legt sich natürlich jetzt auch mit dem Regen, logischerweise. Schon Luca und ich, wir standen nebeneinander. Wir sind beide zusammengezuckt hier gerade. Unglaublich beschreibt das mal. Wie war das für dich? Es war total faszinierend zu sehen, dass man, also man sah erst die Sprengung mit den Augen und dann eine Sekunde später ungefähr, hörte man es erst. Und das war total faszinierend. Das ist so weit entfernt, war es jetzt nicht, aber es war total interessant. Also ich hab's auch gespürt, ich hab's nicht nur gesehen und dann gehört. Es war total, wirklich, es war was ganz Besonderes. Das heißt...